So, moin moin, hallo, herzlich willkommen zum nächsten Part Eurotrack Simulator 2. Wir stehen jetzt hier immer noch in Frankfurt am Main, haben jetzt gerade eine Runde geschlafen und schauen jetzt mal, wo uns der Weg als nächstes hinführt. So, dazu klicken wir wie immer an Frankfurt am Main. Also, wir versuchen ein bisschen in Deutschland in Umgebung zu bleiben. Da können wir schon mal wieder nach Hamburg zurück. Wenn es die Möglichkeit besteht, fahren wir natürlich immer nach Hamburg zurück. Und ab wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich freue mich auch schon wieder auf die TSM-Map Insofern, dass es dann auch wieder mit dem Plus Playboard funktioniert, damit wir auch wieder reale Firmen drin haben Weil die Firma Triad sagt mir jetzt immer nicht so wahnsinnig viel Und es ist halt schon immer nice, wenn da reale Firmen gespringen sind Ich weiß nicht, wie es hier reingeht Mein Helm auch hier Ich glaube nicht so was So Einmal 17 Tonnen Segelspiene Nach Good Old Himburg Dann gucken wir wo die hier stehen Sieht hier aber auch aus, ne? Ja, ich freue mich auch schon wieder auf die TSM-Map Dann gucken wir uns weiter an, ne? Ja, ich freue mich auch mal Ich freue mich auch wieder auf die TSM-Map Ich freue mich auch wieder auf die TSM-Map über den Platz gedreht kriegen. Das wird relativ knapp werden. Weiß wie ein schöner Auto die da nicht bonzen. Das ist jetzt die Idee, da können wir ruhig kaputt fahren. Und da kommen wir da rum. Ich fürchte nicht. So ein Scheiß. Äh... Schrank. Lauf ich mir nicht abweißen habe. Jetzt haben wir ihn auch nur abgewürgt. Ja. Keiner gesehen. Geschneidung raus. Okay. Jungs. 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 Hamburg, willkommen! Unöffentlich ist ja immer noch genug eingefahren, dann werden wir wahrscheinlich auch wieder auf unseren Scania zurück wechseln, nehme ich mal an. Zwischendrin können wir immer wieder wechseln, also wenn ihr, hatte ich ja schon mal gesagt, wenn ihr bestimmte LKWs sehen wollt, schreibt das ruhig mal rein. Und dann gucken wir mal, ob wir uns da was holen oder nicht. Was wir auf jeden Fall noch fahren werden, ist den großen Volvo. Wir werden ganz definitiv auch nochmal den neuen DAF fahren. Und ich habe ja irgendwo gehört, dass ETS jetzt auch langsam wieder dabei ist und beim TSM klappt das dann so wieder, dann haben wir wieder ein Mercedes. Also dann haben wir nicht Majestic, sondern haben wir auch wieder ein Mercedes-Benz. Eventuell, wenn ihr das unbedingt wollt, können wir dann auch mal ein Mercedes fahren. Ich bin ja nicht so der Freund von diesen Actos-Geräten. Aber wenn ihr jetzt sagt, Mensch, wir wollen gerne mal den Blue-Eyes Mercedes-Benz fahren sehen, dann können wir auch das auch mal machen. Also schreibt ruhig rein, was eure Lieblings-LKW-Marke ist, würde mich sowieso mal interessieren, was ihr so im Euro Truck Simulator rumfahrt. Dass ich am liebsten Scania fahr, denke ich, das wisst ihr alle schon. Schreibt mir mal in die Kommentare, was da euer Favorite ist. So? Oh! WDR mediagroup GmbH 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020